Die antiken Symbole. Ja. Oh. Bei einer Ausgrabung hat... Bei einer Ausgrabung... Bei... Mach du. Bei einer Ausgrabung hat ein Archäologe einige alte Tafeln mit Schriftzeichen entdeckt. Welcher Schlawiner hat meine kostbaren Tafeln durcheinander gebracht? Ich hatte sie doch so schön in zwei Gruppen sortiert. Schaffst du es, die Tafeln wieder in die ursprünglichen Gruppen aufzuteilen? Nur die obere linke ist vorgegeben. Warum? Wie? Und was? Also wir haben eine Dreiergruppe und eine Vierergruppe, nicht wahr? Oder ne, die obere Gru... Hä? Ach, nur die obere linke ist vorgegeben. Ja, und das hier sind Gruppe und Gruppe. Also... Ähm... Wo ist denn da die Gemeinsamkeit? Hm. Mit viel Fantasie könnte ich sagen, die eine Teil sind Früchte und das andere Lebewesen. Zum Beispiel rechts, der zweite von oben, dass das eine Katze ist oder so. Ja, und dass das hier ein Gesicht von einem... Genau. Irgendwas ist. Und da hingegen ist oben links ein Apfel und unten links ist, was weiß ich, was für eine Frucht. Könnte auch ein Slymog sein, ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich nur... Sind es wirklich nur die Gruppen? Ich meine, du kannst die also so in egal welcher Reihenfolge dort haben? Das ist ja ein Ding. Wahrscheinlich. Ist ja cool. Ich nehme Tipp. Wirklich? Warte mal, lass mir nochmal eine... Nein, nein, ich darf nicht. Ich darf nicht. Ich darf nicht. Tipp. Tipp. So. Nein, nein. Zurück. Äh, was könnte es sein? Hm. Ich glaube, ich weiß es. Ach ja? Ich habe mir aber gerade einen Tipp auch geholt, also nimm ruhig. Hm. Okay. Sieh dir die Form der Schriftzeichen genauer an und denke daran, wie sie geschrieben werden. Haben einige der Zeichen was gemeinsam? Hm. Wir haben hier zum Beispiel Kreise und so. Wir haben hier keine Kreise und dann haben wir... Ich kapiere es nicht. Wie werden die denn geschrieben? Ich nehme mal an, es hat damit zu tun, ob man die in einem Zug malen kann oder nicht. Oh nein. Äh, das ist ja dann... Boah. Denk ich mal. Sicher bin ich mir auch nicht, aber das wird mir so ins Auge fallen. Und das geht halt die Sortiererei los. Und das natürlich ohne irgendwo doppelt drüber zu kommen, ne? Nehme ich mal an. Also, warte mal. Der Apfel ist auf alle Fälle mal die Gruppe, die man in einem Zug malen kann. Die linke also. So. Dann würde ich darunter dieses Ding rechts oben packen. Das kann man auf alle Fälle auch in einem Zug malen. Vielleicht auch ohne abzusetzen und egal ob in einem Zug oder... Ohne abzusetzen kannst du eigentlich alles malen, bis auf dieses Gesicht oder was auch immer. Also, ich würde dieses Blatt oben rechts auch nach links schieben. So. Das Gesicht auf alle Fälle nach rechts. Wieso wolltest du es nach oben links schieben? Das Gesicht... Ne, was würde ich nach oben links schieben? Na, was willst du nach... Du wolltest doch das Blatt hier, oder? Genau, das würde ich nach links in die linke Gruppe schieben. Warum? Kann man das... Weil man das in einem Zug malen kann und... Stimmt, ja, kann man. Wie der Apfel. Deswegen so. Und das Gesicht eben da hoch, genau. Weil das geht auf alle Fälle nicht in einem Zug. Die Miauts geht nicht übrigens. Die Miauts... Geht... Nicht. Ja, würde ich auch sagen. So, und jetzt gucke ich mal gerade bei dem Ding. Da kannst du so, dann... Flüpp... Flüpp... Das müsste in einem Zug gehen, das Dingens. Das geht, ja. Die Miauts nicht. Bleibt noch die Spinne, oder was ist es? Das Ding kannst du eigentlich auch nicht in einem Zug malen. Ich glaube nicht, ne. Aber dafür kannst du das Ding in einem Zug malen. Dieses Fruchtviech... Das... Moment. Ich würde es mal dann... Also die geht, die geht wirklich. Das habe ich so... Ah, das... Die Frucht geht wirklich? Die geht wirklich, die geht. Warte, pass auf. Du sitzt zum Beispiel hier an. Blup. 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 Machst hier oben die Dreie fertig. Das geht ja. Die würden sicher... Dann gehst du hier weiter. Dann gehst du hier rüber. Und da bist du fertig. Mal's mal bitte in der Notizfunktion. Zum Bleistift jetzt. So. Genau das meine ich. Dir fehlt nämlich ein Teil. Warte mal. Zack. 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 Und... Ein Teil fehlt dir. Ist das immer so? Deswegen bin ich mir grad nicht sicher, ob man das wirklich zeichnen kann in einem Zug. Nochmal. Also warte mal. Dann ist ja... Achso, ja stimmt. Hier geht's ja... Äh, äh, äh. Echt mal. Ich würde eher sagen, es geht nicht, aber sicher bin ich mir nicht. Hast recht, das geht wirklich nicht. Das ist nicht... Nö, nö, nö. Nö. Also in die rechte Gruppe. Ja. Dann wär das ja nur die und das. Genau, so hab ich's jetzt auch da liegen. Oh Gott. Antwort? Tipp. Noch ein Tipp. Uuuh. Drei in die... Äh, ne. Äh, vier in die rechte, drei in die linke. Okay, das haben wir. So haben wir das. Ja, machen wir's einfach mal. Wir nehmen's jetzt. Ey, vielleicht war wohl Chris Geip war grad wieder bei mir. So sollte es stimmen. Wow. Ja. Hast du ein Glück, dass du recht hast? Sonst hättest du mich wieder gehauen, oder wie? Nee, aber... Naja, du bist mit dem Rätsel fertig. Tatsächlich. Das meine ich damit. Mhm, 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 ja. Tatsächlich. Tatsächlich. Gut, gut. Oh man. Hey, weißt du was? Wir machen mal eine ganz kurze Pause und dann bin ich wieder da, nur? Alles klar, bis gleich. Jo, bis gleich. Oh, verdammt, jetzt hab ich das weggeklickt. Äh, äh, ja, da bin ich... Er hat nur gesagt, hervorragende Arbeit, Luke. Oh, ach ja, stimmt. Ja. Äh, so, da bin ich wieder. Hat ein bisschen länger gedauert, deswegen geht's jetzt leider im, äh, Schnelltempo. Und, äh, äh, sonst, sonst, ja. Ja, dann ist die Folge. Okay, nee, jetzt kommt gleich wieder ein Würfelrätsel, dann wird das nix wünschen. Klack und ich haben uns damals einen Rätsel-Schlagabtausch nach dem anderen geliefert. Oh, so ein richtiges Rätsel-Battle. Ey! Was ist, was ist weiß und verdirbt ihr das Essen? Eine Lawine. Finde ich cool. Ähm, jetzt werde ich auch schon hier angeschrieben. Sie waren wohl enge Freunde, nicht wahr? Wie war er denn damals so? Wie war er denn so? Finde ich. Nun, als engagierter Student war er sehr fleißig und unglaublich gewissenhaft. Der Nächste ist geil. Er war gut bei der Sa- Was, wie? Toll. Er war Liebling der Professoren, die ihm wegen seines Talents recht knifflige Aufgaben zuteilten. Oh nein! Der Nächste! Das ist peinlich. Der Nächste ist auch gut. Wir beide waren so konzentriert auf unsere Forschung, dass wir oft ganze Nächte durcharbeiteten. Und darüber hinaus übernahm Clark auch noch Verantwortung für seine Verordnungen. Oh nee! Fabio und Freunde. Das klingt so gar nicht nach meinem Vater, wie er heute ist. Ja, damals war er ein ganz wilder. Ich kann verstehen, wieso du Zweifel an ihm hinkst. Bei dem, was er so alles... Wir werden den Grund für sein seltsames Verhalten aufdecken. Das verspreche ich. Die Wahrheit wird schon ans Licht kommen. Ich bin gar nicht so sicher, ob ich die Wahrheit wissen will. Oh Gott. Oh weia. Ähm, äh, TNT? Ja, äh, unten links im... Oh! Udo? Was hast du gemacht? Ich hab das TNT gesprengt! Oh, das war ja eine echte Explosion. Nate wird doch nicht mit Dynamit nach dem Goldenen Garten suchen. Ja, das war wirklich kein blutsames Vorgehen. Wir können nur hoffen, dass der Garten nicht in unmittelbarer Nähe verborgen liegt. Ich will nochmal sprengen. Das geht nochmal cool. Das geht die ganze Zeit so. Oh, das mach ich jetzt den ganzen Tag lang. Oh, da kann man was, da kann man was, äh, plopp, plopp, ploppen. Rechts kann man, genau. Eine Kuriosität. Und, äh, wo hast du sonst noch was gehabt? Ähm, nix bisher. Ah, hier, äh, Rätsel, äh, Hinweismünze da unten. Ach ja, doch, stimmt, hab ich vergessen. Die hat mir mein Fisch gezeigt. Und hier eine Rätsel, Hinweismünze. Okay, hab ich. Und dann fehlt eigentlich noch eine, oder? Ja, eine fehlt noch. Seitdem, ah! Oh, wo? Unten neben dem Schuh im Moos. Neben dem was im Moos? Oh, da! Genau. Neben dem Schuh im Moos. Gut, äh, dann können wir ja zurück, wa? Genau. Dann wollen wir mal. Der hat bestimmt nix, oder? Ich klicke ihn mal an. Doch, er hat was! Wuhu! Danke, dass du es gemacht hast. Wir haben das ganze Gebiet umgegraben, aber keine Spur von einem archäologischen Fund. Umgegraben? Umgegraben? Langsam glaub ich, dieser goldene Garten wird eine Legende bleiben. Oder bald eine sein. Genau. Sind sie bei ihren Grabungen wirklich auf überhaupt gar nichts gestoßen? Ja, hier und da findet sich schon ein Stück von etwas historischem Wert, aber nichts davon steht im Goldenen Garten im Zusammenhang. Es ist nur... Es sind nur einfache Artefakte. Deswegen haben auch alle, die an den Ausgrabungen beteiligt waren, die Städte verlassen. Nein, die sind bei Sprengungen draufgegangen. Exakt. Wenn das Wetter schlecht ist, breche ich jedenfalls ab und verziehe mich in mein Hotel. Wart ihr schon da? Im Moment hängen am Eingang zwei lustige Schilder aus. Aha. Spiegelschilder. Am Eingang eines Hotels befinden sich zwei Schilder mit Strichmustern. Die Oberfläche des einen Schildes ist reflektierend, sodass sich darin die Striche des zweiten Schildes spiegeln. Wenn beide Linien kombiniert werden, ergibt sich eine dreistellige Zahl, die den Preis der Luxussuite im Pfund anzeigt. Wie viel kostet die Luxussuite? Moment, das haben wir gleich. Und zwar... Das kann nicht so sein. Warte mal, welches spiegelt sich wo? Ähm... Das ist wohl relativ Wurst. Dann ist das ja relativ einfach sogar noch. So, warte mal. Machen wir doch mal die Notizfunktion auf. Weil dadurch, dass sich das spiegelt, wäre ja diese Seite hier. Was aber hier völlig scheißegal ist, weil das sowieso alles das gleiche ist. So, dann haben wir ja theoretisch... Zack, zack, zack. Ah, falsch. Ne, doch, richtig. Dann haben wir... den. Jawohl. Dann haben wir... Äh, oh! Sieh mal einer an! Ehen? Ah, du hast es auf die andere Seite rüber. Ja, und weißt du, was dadurch, äh, äh, ist? Das hier ist gespiegelt. Gut. Ja. 200, 200... Äh, 246. Bist du sicher, wenn du das hier spiegeln würdest, dass du dann auf 246 passest? Äh, ja. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ist recht. Tada! Ich war bei der 6 und der 4 und die letzte Zahl hab ich bei dir abgucken wollen gerade. Tja. Pech, ja. 546... Oh, ich hab's auf die andere Seite rüber gespiegelt. Aber da müsste es doch richtig rum sein, oder nicht? Ist ja auch egal. Ist ja auch. Ach, ist es auch. Ja, ja. 546 hatten wir gesagt? Äh, jetzt will ich hier 64 schreiben. 546, ja. Okay. Also, antwört und... Klick. Etwas Kreativität, etwas Elan und... Wört! Und das war jetzt 40 Pikarat wert? Ich hab 2333 Pikarat. Hm, ich hab weniger. Ich hab 2299. Ich frag mich, ob man für den Preis wenigstens sein Frühstück ans Bett serviert bekommt. Nein, das ist, ähm... Das ist so, 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 Standardausstattung mit nix drin. Nicht mal ein Bett. Genau, man bekommt zwar Frühstück serviert, aber nicht ans Bett, weil keins da ist. Ah, während ich hier versauere, sitzen meine Kollegen sicher an, in einer neu entspannenden Studie. Manchmal kommen mir Zweifel, ob sich der Aufenthalt hier überhaupt noch lohnt. Vielleicht halte ich ja die ganze Zeit nur an der Illusion fest. Falls der Goldene Garten wirklich existiert, dann leisten Sie einen wertvollen Beitrag. Bitte geben Sie nicht auf. Ich klicke ihn nochmal an. Ne, diesmal hat er nix. Bitte geben Sie nicht auf, damit andere Ausgrabungsstellen verschont bleiben. Genau. So, wie weit sind wir jetzt gerade eigentlich? Er hier hat auch kein Rätsel. Wie lange nehmen wir gerade wieder auf eigentlich? Sechs Minuten, wenn ich mich nicht täusche. Na gut, dann gucken wir noch ein Stück weiter und dann, wenn kein Rätsel kommt, naja, dann... Ah, warte, wir können, ähm... Ah, ich hab ne Maus. Wir haben doch noch ne Eisenbahn. Wir haben ne Eisenbahn, ja, wir haben eine Eisenbahn. Eine Eisenbahn, eine Eisenbahn, eine Eisenbahn, eine Eisenbahn, eine Eisenbahn. Oh! Äh, da. Nates Gear. Gears of Nate. So, also es... Es gibt gerade kaum noch Treibstoff. Wenn wir anhalten, kommen wir nicht rechtzeitig zum Ausgrabungsort und dann kreilt sich jemand vor uns die wertvollen Fundstücke. Oh no! Tanken wir einfach während der Fahrt. So, erstmal orientieren, wo geht's denn überhaupt los? Ah, da. Flap, 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 flap. Flap, ähm... Das ist schwer. Ja, gut, da muss man einfach erstmal ausprobieren, wa? Ja. Ich mach das da und dann das da und dann mach ich das da. Und dann mach ich das da. Und dann mach ich das da. Und dann hab ich da ein Problem. Oh. Dann machen wir's doch mal anders. Dann machen wir... Äh... Also ich hab ja jetzt einen Weg, ob der geht, weiß ich nicht. Ich probier's mal aus. Genau, ich hab genau den gleichen Weg gerade. Und, geht der? Das weiß ich noch nicht, ich hab noch nicht Abfahrt gedrückt. Ich hab Abfahrt gedrückt. Ich war's, ich war's. Miep. Jetzt fährt meiner auch los. Alter, ist das ein langer Zug. Ist das dreckig. Dämlich. Das kann echt schief gehen mit dem Auto, obwohl... Aber so richtig. Das sieht jetzt gut aus. Oh Gott, 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 oh oh ho ho hoaa. Knapp, ey. Yeah. Nein, 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 das wird nichts. Äh, hast recht. Mist. Das dann wirkt nicht aus. Dann werden wir mal sehen, dass wir... Aber ich werde ja nicht da lang, sondern dann lass ich den einfach mal... Nee, das klappt nicht. Nee, das reicht nicht. Ah! Aber so. Wie? Fuck. Nee, hä. Da kann er, ach, da kann er gar nicht, ach, da kann er gar nicht. Nee, kann er nicht. Oder man versucht vorher schon mal ein bisschen was zu tricksen. Nee, kann er ja so nicht, wenn er hier Platzmangel hat. Dann natürlich mal so, nein. Wie könnte der denn? So vielleicht, nee. Das wird ja noch kranker. Das wird so nie. Niemals. Nein. Das ist doch genau das gleiche wieder, oder? Nein, das ist ein bisschen abgeändert. Ah, der fährt erst links und links. Oh, 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 schwack, schwack, schwack. Boing. Nicht geklappt? Nein, nicht wirklich. Könnte ich denn hier noch irgendwo extra Meilen, Bonusmeilen einfügen? Nee. Kannst du, kannst du. Aber du kommst dann nicht mehr hoch. Nee, 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 das ist es ja. Oh Gott, ey, oh. Ähm. Hm. Vielleicht ist ja schon der Anfang falsch. Hm. Das wäre ja irgendwo möglich. Hohoho. Was macht ich denn hier? Sollen wir mal ganz was anderes, mal gucken, wie das klappt. Das wird doch so nie was. Ah, jetzt fehlt mir doch tatsächlich ein Dings bis zum nächsten Sprit. Ich glaub's nicht. Das geht doch so oder so. Wollen wir mal nicht kürzer machen? Da irgendwas? Nee. Wenn ich hier lang will, das klappt doch nie. Da komm ich nicht durch. Ich muss doch mal wieder nicht raus. Boah. Ja, ey. Wie immer das gleiche probieren, ey. Was, wenn ich hier jetzt so lang gehe? Dann so. Oh. Das sieht ganz gut aus. Moment. Nee, das wird nix. Oh. Ich hab noch eins übrig. Na ja, dann gucken wir mal, wo es da noch hapert. Hm. Also, eins geht schon mal nett. Also, ich kann mir vorstellen, dass das so ähnlich, wie ich's hier grad habe, möglich ist. Und dass man am Ende null übrig hat, äh, an Sprit. Ah, nee. Da, da, da war ja das, äh, Scheibenkleister. Aber wo kann ich da noch was, äh, dazu für, äh, oh, klar. Pass auf, warte. Du könntest... Ich muss mir jetzt die mal so merken, die Strecke. Und zwar hau ich doch jetzt einfach mal sowas raus. Dann geht es hier weiter zum Beispiel. So. So. Abfall. Und dann probieren wir es mal da mit zum Beispiel. Die Musik, die beruhigt irgendwie voll. Nein, die macht mich wahnsinnig. Sie ist ja grauenhaft. Meiner ist noch im Soll, aber es bleibt spannend. Also, meiner müsste jetzt zumindest dort hinten an der Ecke durchkommen. Ja, tut er. Ja, ich hab's. Und? Ich habe es auch. Haha! Wir haben schon wieder das Gleiche. Ja, 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 ja. Wahoo! Damit hätten wir das geschafft, ist zwar heute nicht viel Aufnahme geworden, aber immerhin haben wir überhaupt was aufgenommen. Genau. Und, äh, wann... Wann hatten wir denn? Wann könnten wir denn das nächste Mal? Ja, wir hatten zwei Rätsel und, äh, das Eisenbahn, oder drei Rätsel und Eisenbahn? Wir haben nur drei Rätsel, sind's ja. Na gut, also, demnächst können wir ja mal wieder weitermachen. Freitag hätte ich Zeit. Äh, Freitag ist bei mir schlecht. Oh, Donnerstag? Äh, ich überlege, könnte klappen. Ah, gut. Dann schauen wir mal. Okay. Bis dann. Bis dann. Ach ja, speichern, ne? Ne, ich vergessen. Oh, gut, was du sagst. Ah, ich hab doch schon gespeichert. Ah, mein Speicher! Und tschüss. Tschö.